Der Kampf um den Hambacher Forst wird jetzt auch im Internet geführt. Hacker haben den Energiekonzern RWE ins Visier genommen. Am Montag war die Webseite des Unternehmens immer wieder nicht oder nur schwer erreichbar. Eine Unternehmenssprecherin bestätigte den Cyberangriff, RWE habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Bereits am vergangenen Donnerstag war ein Drohvideo mit dem Titel Anonymous-Operation RWE abschalten bei YouTube aufgetaucht. Eine animierte Anonymous-Maske mit Computerstimme forderte darin Sollten Sie nicht sofort die Rodung des Hambacher Forst einstellen, werden wir Ihre Server angreifen, Ihre Homepages und Farkeburg-Seiten abschalten, soll lange, bis Ihre Konzern einen wirtschaftlichen Schaden davon trägt, dass Sie sich nicht mehr davon erholen. Der eine Minute und 45 Sekunden lange Clip verwendet die Symbole und typische Botschaften der Internetaktivisten von Anonymous. Weil RWE das Weltklima schädige, ruft das Video außerdem die Kunden zu einem Boykott des Energiekonzerns auf. Kündigt eure Verträge, schließt euch uns an. Zusammen werden wir RWE in die Knie zwingen. Dies ist unsere erste und letzte Warnung. Laut Angaben von RWE haben Hacker mit einer Flut von gesteuerten Anfragen die Server des Unternehmens lahmgelegt. Betroffen war die Website, nicht jedoch andere IT-Systeme des Unternehmens. Der Hackerangriff erfolgte am gleichen Tag, an dem die Polizei die Räumung des Hambacher Forsts wieder aufgenommen hat. Der Einsatz war in der vergangenen Woche unterbrochen worden, nachdem ein Blogger von einem Baum gestürzt und gestorben war.